... Ihnen geholfen wird. ... eine Beziehung von Ihnen kommt. Vielleicht sind Sie aber nicht sicherlich... ... oder nicht, weil Sie die soziale Unterstützung haben. Zum Beispiel durch Beratung oder in Selbsthilfegruppen. Wir von der Deutschen Altsamer-Gesellschaft unterstützen Angehörige in allen Fragen. Dankeschön. Matthias Matlachowski von der Deutschen Altsamer-Gesellschaft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017